So, bis dahin benutzen. Vielen Dank. Na? Sag mal. Frau! Guck mal, Schlüsselkarte B. Tada! Na dann, jetzt aber. Da liegt er. Der blubbert auch nicht weg. Komm gleich bestimmt nochmal. Benutzen. Ich möchte mal gern bisschen Munition haben. Oh oh. Deckung. What the fuck? Ich seh nich. Okay, einer ist weg. Uff. Ach, da oben ist der. Na, einer steckt glaub ich auch noch unten. Hm. Musik ist aus. Das ist sehr schön. Dann nehm ich doch glatt mal das grüne Kraut hier mit. Kann man immer gebrauchen. Das ist ne Kiste. Hier ist Pistolen-Munition. Ich hab mir eben grad eine Packung genommen schon. Ich weiß jetzt nicht wie viele noch. Ja gut. Ich hab ja noch die Schrotflinte mit. Na gut. Wie ging das jetzt noch gleich so ging das? Da geht's mal nur 5 Schuss rein, bevor ich nachladen muss in diese hier. Ja, aber besser als nix. Ja. Eine Goldkette. Yay. Noch eine Goldkette. Wir werden ja richtig reich. Ja. Noch ne Goldkette. Kann ich schon fast wie Mr. T hier rumlaufen. Mit Mrs. T. Oder Misty. 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 Hier ist nisch. Da ist nisch. Können wir weitergehen. Um die Ecke lauert nichts. Öffnen. Ach, das ist ein... Ein Fahrstuhl. Nach oben. Fahrstuhl auf dem Schiff. Abgefahren. So. High-Tech. So. You've made it this far. Too bad you won't make it much further. The new superior breed of the humans, given birth by the progenital virus. The Wesker children were entrusted with endless potential. Of them, only one survived. You. Are you saying I was manufactured? I was to become a god. Creating a new world with an advanced race of human beings. However, I was lost with Raccoon City. Despite that setback, your creation still holds great significance. Now my candle burns dimly. Ironic, isn't it? For one who has the right to be a god. To face his own mortality. The right to be a god. That right is now mine. The right to be a god. You. Arrogant even until the end. Only one truly capable of being a god deserves that right. The right to be a god. That right. The right. The right to be a god. Ach, da so in den Körper rein. War schön durch. Die Ergebnistaten werden gesendet. Ende des Kapitels 6.1. A, A, S und C. Weil wir lange gebraucht haben, ja. Wie immer. Haben wir aber häufig, genau. Wir lassen uns nun mal Zeit. Wir gehen das Ganze sehr gründlich an. Ja. Da sollen ja auch viele Parts draus werden. Schließlich dauert es nicht umsonst zwei Jahre lang. So, dann, äh, weiter. Ja. Gucken, was wir so alles verkaufen können. Bestimmt sehr viel. Gehen wir mal ein Liter. Alles verkaufen. Gibt 13.000. Ah, geht ja eigentlich. Ich dachte, es wäre mehr. So, dann packen wir mal den Granatwerfer wieder weg. Kombinieren. Dann nehmen wir den weg und packen wieder die gute alte Shotgun mit rein. Die hat noch was gerissen. Wieso, wie der Rest hier. Ekelhaft. Ekelhaft. Voll ekelhaft. Na, ich bin nun, glaube ich, auch soweit fertig. Die haben nicht genügend Geld. Ja, dann ist das halt so. Verbesserung. Verbesserung. 10.000 für noch mehr Schaden mit einer Magnum. Immer doch. Her damit. Ich wäre... ...so weit. Äh, ich auch. Meine Blaze wird warm. Woran merkst du das? Weil die knackt. Die knackt? Ja. Äh, da liegt ein ganzer Haufen von... ...Zeug. Ich habe hier gerade gesehen, an meinem komischen Headset-Teil ist so ein komischer Clip dran. Den habe ich gerade mal direkt benutzt. Ich glaube, wir müssen zu dem Haufen... ...Zeug. Moment. Müssen wir zu dem Haufen... Eugh. Lass mal hingehen. Was zur Hölle ist hier passiert? Was zur Hölle ist hier passiert? Ich habe mich überrascht, Wesker, aber nicht auf meine Seite. Albert, du sagst, wir veränderten das Welt zusammen. Warum? Ich dachte, sie waren Hutt. Wesker nicht über jemanden, aber sich selbst. Soon, sogar du wirst verstehen, Kress. Ein Blick auf meine neue Welt. Und es wird alles perfekt sein. Show dich! Schau dich selbst! Schau dich, es ist zu lange für dich. Du wirst nicht leben, um die dawn zu sehen. Entschuldigung, Excella. Aber es scheint, Uroboros hat dich verabschiedet. Doch du bist ein guter Asset. Ich habe eine letzte Aufgabe für dich. Albert! Was die Hölle? Aus der Schüsse. Sie sind falsch! Ich werde mit diesem Schüsse! Ich werde mit dem Geist sein! Sie sind die Zeit gesammelt. Sie werden nicht nur in den sognen von den Schümpf! Sie sind die Zeit auf die jumpen! Sie sind die Zeit für die Welt. Sie sind die Zeit, mit den Schümpf! Oh, sie sind tot. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Das hat ja soweit funktioniert. Also noch funktioniert. Was ist das denn hier? Ich weiß nicht. 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 Ich weiß gar nicht, ob das Viech danach nochmal kommt, wenn schon einer dran vorbeigelaufen ist und sich geduckt hat. Also eben gerade nicht. Mach mal. Mach mal die Tür hier auf. Doch, es kommt nochmal, ich bin zu weit schon gelaufen. Also bislang war es immer Viereck zum Ducken. Da ist nichts drin. Das ist für dich. Das ist für mich. Das ist für DASH. Das ist für mich. Das haben wir den Namen. Das ist für DASH. Ich hab die mal mitgenommen. Hier ist nichts drin. Das ist immer so ein bisschen niederschmetternd. Du machst die Tür auf und nix. Hm. So. Dann haben wir soweit hier alles, ne? So. Die Richtung ist nicht. Du Köder. Buah. Der war knapp. Mal schnell die Treppen hoch. Passa. Das ist ja gar keiner. Doch. Da kam einer. Da. Der kam aber nur so um die Ecke gerollt. So. Hier kann man nicht lang. Mal gucken was. Da liegen jede Menge Leute. Warum liegen da so viele Leute? Das gefällt mir nicht. Oh. Ich stehe auf. Uh. Ich sehe es. Die stehen mittendrin. Hallo. 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 Bäh. 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 Ein bisschen. So kann man es glauben. Ja. Bäh. Eine. Eine. Eine.